Kolumbien gilt als das Land mit den meisten Vogelarten der Welt. Der 10-jährige Juan David Camacho hat sich zum Ziel gesetzt, jede einzelne von ihnen mindestens einmal gesehen zu haben. Einmal im Monat fährt der Junge dafür mit seinen Eltern in die Wälder im Westen des Landes. In drei Jahren habe ich 491 Vogelarten gesehen. Bis er allerdings sein großes Ziel erreicht hat, hat er noch einiges vor sich. Mehr als 1930 Vogelarten leben in Kolumbien. Und womöglich entdecken Vogelnarren wie Juan David noch neue Arten. Durch den jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt im Land waren viele Regionen zu gefährlich, um sie zu erkunden. Nach dem Friedensvertrag mit der Rebellengruppe FARC tun sich den Vogelfreunden nun ganz neue Möglichkeiten auf.